Dosek hat alles gespielt. Also von Melee auf wird weiß ich, dass er alles gespielt hat. Das wird ein zicker Frott. Das wird ein Crowd-Pleaser. Ich erwarte einiges. Es ist auch schon nicht so leicht, sich diese Tags zu merken. Tags. So Dreck. Aber auch schon wieder einfach gut aussehende junge Männer. Das Jedo immer geblässt mit einem richtig hübschen Cast. Ich bin begeistert. Man guckt durch den Raum. Und es ist alles dabei. Es ist egal, wonach du Ausschau hältst. Was ist das hier? Das sieht nicht aus wie Handwarmers. Das ist live. Okay, gehen wir ins Game? Nice. Weißt du, wer wär's? Ich glaube, Laura Fox ist so drin. Okay. Nicht schlimm. The left. Let's go. Come back, come back. Was ist das? Losers? Ja. Losers. Einfach nur Losers. Geil, aber sie haben Spaß. Ich liebe es. Manchmal ist das so, das Game, man liegt so zwei Stocks hinten und dann benutzt man das Game, um den Gegner psychologisch einzuschüchtern. indem man sich mit ihm befreundet und anfängt ihm Komplimente zu machen. Nice. Das war der Crispy Left Stash, der dich wieder zurück ins Spiel bringt. Fack mir, was passiert. Nice. Nice. Wie schnell sie sind beide. Oh. 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 Das ist so geil, einfach wieder BD offline zu sehen. Kann man fast ein bisschen genießen. Ja. Egal ob man Maske trägt. Die Maske. Die Maske schon wieder vergessen. Alle sind voll dabei, wenn Maske trägt. Das ist wirklich... Oh. SD. SD ist los. Es kam weg. Ich muss sagen, Sodrek ist weiß, ne? Ne, Sodrek ist blau. Fax ist weiß. Und man sieht tatsächlich einen leichten, schon leichten Unterschied gerade im Moment. Das Momentum ist firmly in White Foxes' Favor. Fuck me. Ist das schnell? Jesus Christ. Niemand wartet. Kein Chill. Einfach nur Hits. Damage. Wie ich das gehört. Oh. Ciao. Nice. Good game. Good game. Yeah, yeah, yeah. Fax ist weiß. Okay, nice. Game 1. Bisschen Data. Bisschen Informationen gegathert. Gibt uns Battlefield Stage 2. Und es geht schon wieder los. Das ist einfach eine Prügelei. Eine digitale Kneipenprügelei. Nice spacing. Einfach weggelaufen. Laser. Es ist geil, dass im Ditto muss man immer aufpassen, dass man nicht anfängt das zu machen, was der andere macht, weil es gerade geklappt hat. So. Spacing, spacing. Laser, laser. Ohhhh. Das ist die zweite Match-Fash. Das kostet Stocks. In the long run. Das kostet Stocks. In the long run. Was denn? Manchmal ist es so richtig wie das Ditto zu spielen, weil man weiß, was der andere macht. Ja, ja, ja. Man haut sich mit der selben Waffe. Ohhhh. Mehr als dies. Dann muss man selber wissen, was der Charakter nicht so gut kann. Ja, aber es ist einfach Mindgames. Ja. Oh. Krass. Nice. Textbook. Und Schein. Blub. Blub. Doch nicht. Kein Blub. Nice let's go. Blufox in the lead. Das erste Mal so richtig? Ja. Kriegen wir ein Even-Set-Hit. Weil ehrlich gesagt, das Momentum sah eben noch ein bisschen anders aus. Blub. Blub. Schon wieder. Haha. Das sah kurz aus wie die Task-Fox die immer so denselben Moonwalk von der Mitte wegmachen. Nicer Grab. Gott, das Game ist so voll mit Action. What the fuck? Ja. Slow Get-Up. Und dafür gibst du den Boot ins Face. Geil. Das ist quasi genau das Spiegel von dem ersten Match. Ohhhh. Krass. Im Prinzip ein Forster. Weil der wirklich einfach schon zwei Seas hinter sich hat. Nice. Und noch ein Schein, noch ein Schein. Boah sicker Updills. Boah sicker Updills. Nochmal? Ja. Und da kommt der Asti. Okay, so langsam. Jetzt haben wir quasi minus die SDs ein richtiges Game. Okay. 1-1. Let's go. Game 3. Dream Land. Oh. Let's go. Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Wo die schön lange spielen können. Wo die Kombos lang sind und Träume wahr werden. Das ist geil, dass das... Ich hab das Gefühl, dass ihr Speed nicht abnimmt. Und das sind die guten Sets. Das war ja auch bei Niki und Geldmann. Ja, ja. Das war auch so krass schnell. Einfach 120 km h bis zum letzten Stock. Ja. Take Chases. Nichts sieht so brutal aus. Wie so ein Instant Fox Upthrow. Er nimmt dich auf Augenhöhe. Boff Target! Boff Target? Ja. Ja. Wieso ich war da. Wieso ich war da, Mann. Wieso du hier warst. Soon, mein Freund. Soon. Oh, Banane. Marmelade. Alter. VIPs im Chat. Freunde, ihr seid alle vermisst. 100%. Ja. Ja. Es ist nicht dasselbe ohne euch. Es ist wirklich offensichtlich, dass 16 Mann Bracket nicht genug für Berlin ist. Wir brauchen das 32 Mann Bracket. Wir brauchen mehr Platz. Mehr alles. Es sieht bisher sehr even aus tatsächlich, aber ganz zwischendrin hatten wir so 49, 51 in Favor for Facts. Tatsächlich. Er hat das erste Game gewonnen und er hat eben besser gespielt. Okay. Aber es gab auch viele SDs und wenn Sodrik seine SDs cleanen kann, ungefähr 2 pro Match, dann sollte es eigentlich ein bisschen anders aussehen. Aber es ist ein geiles Match. Ja. Sein Match gegen Geldmann war auch richtig krass. Ja, Mann. Auf einmal hat jeder so halbe Fox Dittles. Never before. Früher nur ein Match gegen Mark. Ja. Irgendwo ist immer in der Ecke so Puff Dittles. Und dann kommt noch ein Käpt'n Falken. Ja, ein Youngling vielleicht auch manchmal. Alter. Und wenn wir Glück haben, kam noch Kahn. Niki, du brauchst das nicht so zu sagen, als wärst du nicht daran schuld, dass es keine Younglings mehr in Berlin gäbe. Rechtfertige dich. Es gibt doch einen Youngling. Nein, nicht. Nein, gibt es nicht. Youngling ist retired. Wer hat heute gegen mich Youngling mit? Echt? Und hat er gewonnen? Ja. Ja. Okay. Dann nicht. Dann ist fair. Gegen mich hat er das letzte Mal richtig deprimierend wieder Puff ausgepackt. Und ich hab mich auch schlecht gefühlt, innerlich. Warte, wer ist wer? Ähm, weiß ist Fax. Okay. Kossi. Ja, ne? Und es ist geil. Es ist einfach Action. Zum Ex war früher Peach, ne? Ja. Eben war Fax Peach. Wie ist der Unranked Fox? Ja. Aber ich vermisse die Zeit, wo viele Schieks in Berlin waren. Geil. Benno? Du meinst mit vielen Schieks Benno? Benno und Dusan. Aber wer vermisst Dusan? Wir vermissen Benno. Obwohl Dusan hat richtig schnell gespielt. Alle mögen Dusan. Dusan wird sowieso immer vermisst. Ja. Safe. Ähm. Fax ist jetzt Fox Main oder ist es Fox? Also es ist... Ich glaube man kann safe sagen, er ist Fox mit PH. Ja, aber ich glaube er ist auch Fox Main geworden. Fox Main. Ich hab eben Peach gesehen. Ja? Ja. Meine ich... Gegen Third. Was verrückt ist gegen Kraft. Aber so war... So hatte er Bock drauf. Vielleicht vertu ich mich aber auch komplett. Oh, Last Dog. Let's go. Vielleicht hätte er einfach nur Bock auf die... Ähm... Foxy. Vielleicht ist er einfach so... Third so überlegen, dass er sich gelacht hat. Ist mir scheißegal. Einfach Reverse Armada. Diese Pixel... Diese Pixel bedeuten nichts für mich. Oh. Bisschen Spaghetti. Ja. Forward Throw. Nice Dash Attack. Immer gut. Spaghetti Spaghetti. Come on Last Dog Melee. Zeig uns was du kannst. Nice. Oh. Pressure. Yes. Oh. Smash the eye. Alter, es geht in beide Richtungen. Up throw. Keine Judges. Oh. Der Reed völlig hinterher. Und da ist er. Nein. Living. Niemand stirbt auf dieser Stage. Alter, guck mal wie viele Prozente wir haben. Let's go. Okay. Dragon Boy Momente. Links und rechts. Yes. Krass. Der Clean Up. Nice. Das sah einfach aus wie ein Smash Ultimate Spiel. Das war schön. Wenn Smash Ultimate mal so aussehen würde. Smash Ultimate ist halt 110%. Sie fliegen schnell irgendwie an. Ja, aber das Spiel ist nicht ausgegangen weil einer den anderen gegrabt hat. Und in die Blaster und teleportiert hat. Nice. Okay. Jetzt kommen die grabs. Jetzt kommen die grabs. Jetzt geht's los. Technical maps. Zero to death. Ohhhh. Laser zähl nicht. Und? Jetzt kommt der L. R. 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 Man, das Game ist so viel Spaß. Ohhhh. Sakurai, warum machst du das? Ohhhh. Nice. Ohhhh. Ohhhh. Nair. Nairplane. Geiler Angle. Super crazy. Okay, jetzt spürst du die Confidence, die bei Blue Fox so langsam kommt. Siehst du das? Bisschen schneller. Bisschen geiler. Bisschen mehr flüssig. Ohhhh. Schein raus. Schön. Er weiß, was true ist und was nicht. Ohhhh. Frisch. Boah. Dann noch Schaden mit den Abwehr auf. Geil. Einfach die Abwehr Schaden. Äh. Jetzt will ich es ja benutzen. Das ist einfach so krass. Ohhhh. Da shiftet es langsam in Blue Fox so's Baby. Okay. Clean up, clean up. Noch ist alles offen. FD ist die Murder Plattform. Ist einfach das Schlachthaus. Jawohl. Das ist alles was man braucht. Diese ersten 10%. Nice. Drills. Jetzt kommen einfach die Drills. Let's go. Schöner Ledge Dash. Blub blub. Blub. Okay. Cool. Du glaubst ich cover Regular Get Up nicht. Please. I play this game all the time. Wie viele Drills haben wir in dem Spiel gemacht? Drills schon so im Stale Modus nur noch die Hälfte wert. Oh okay. Der Coverage. Oh. Schade. Wir warten auf das Even Out. Schön. Der No You. So nennen wir den. Von der Stage runterlaufen. Wieder zurückkommen. You think you hit me? I hit you? Nice. Blau ist Du. Blau ist Du oder Eke liegt vorne. Und es steht 2-2? 2-1. 2-1. Oh. Und so langsam. So langsam können wir schon mal aufs Bracket gucken. Nein. Wait a minute. So nicht. Sag nie so was bei einem Poxi-Tuch. Woah. Da war die Chance alles zu beenden. Die Drills. You know the drill. Oh. Oh Gott. Diese Air Dodges. Die sind nicht wirklich ein Zeichen hohes Selbstbewusstseins. Guter Schein. Raus da. Aber er will es noch mal wissen. Guck mal. Effekt dreht noch mal richtig auf. Yoho. So sieht's aus. Guess what? This game is even. Ciao. Oh. Schade. Yes. Let's go. Nice. Und jetzt spürst du den Druck. Aber Effekt so cool wie eine Gurke. Überhaupt kein Problem für ihn. Oh. Guck ihn dir an. Er ist richtig in Command. Auf einmal ist das Momentum. Oh. 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 Und das ist der 69. No. 69 Power Strike. No. Nicht zu viel Beulen. Okay. Kein SD. Please. Ah. Okay. Geil. Oh. Ganz knapp zuspielt. Er war schon da drin. In der Animation. Oh. 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 Jab Mist aus irgendeinem ganz wilden Grund. Und. Shine. Backup. Das ist. Das ist Game 5. Geil. Oh mein Gott. Geiles Comeback. Alter. Was ist das für ein Medo dieses. Wie bitte? Wer guckt sich denn Niki und Geldjunge an, wenn er Facts und Sodra gucken kann stattdessen? What? Du musst einfach so reden, dass die beiden einfach nicht mehr konzentrieren können oder einfach so lachen. Nein, Mann. Ich will guten Content. By the way. Like and subscribe. Oh. Warum sieht das so geil aus, wenn er das macht? Fuck. Subscribe mit dem Bezos Money. Yes, please. Give us your Bitcoins. Everything's in high demand. Oh. Schön. Fuck, das ist geil. Yoshi ist für Game 5 auch einfach dreifach halb. Oh. Bitte tacken. Bitte tacken, sonst nehme ich mir die Prozente. Vielen Dank. Oh. Oh. Einfach jetzt. Oh. Let's go. Let's go. Alter, diese AirDots ging einfach in Space. Auf einmal ist das Spiel cool. Was? Let's go. Schön. Oh. Sodra hat richtig Bock. Guck dir das an. Der Drill. Meine Stocks sind mir doch egal. Ich bin cool jetzt. Please. Einfach eine Seite aus dem Buch des Geldmanns abgeschrieben. Der Stream mag es, wenn ich coole Sachen mache. Und es ist nicht wichtig, ob ich dabei gewinne. Get up attack. Puh. Puh. Yes. Oh. Bonk. Der große Bonk. Oh. Richtig schön. Richtig even. Und beide haben richtig Bock. Du siehst, wie jeder immer wieder jeden Stock schneller spielen will. Okay. Bisschen cool bleiben. Es geht immer noch um viel Geld. Oh Gott. Was ist cooler als Dash Dance kurz vor Grab. Nichts. Es sieht einfach tight aus. Zwei Stock gegen zwei Stock. Null Prozent. Oh, Drille. Ich glaube das ist auch erst gerade Top 8. Das ist so krass. Wie steht's? Zwei, zwei. Für wen? Ja. Danke. Oh. Späte. Fuck man. Schön. Schön rausgescheint. So direkt immer noch. Meiner Meinung nach mit dem krassen Momentum. Er hat einfach Bock. Das ist doch schön. Das ist gut Melee. Gleich kommt noch einer. Warte. Nein du. Es kommen nur noch Drills ab jetzt. Ja. Es waren so viele Flüsse. Das angenehme auch ist wenn so ein schönes Fox wird. Wo es so keine richtigen Edgeguards gibt. Weil das macht das Spiel nicht cool. Oder coole Edgeguards. So wie vorhin mit diesem Abbieh. Ja coole Edgeguards. Nice. Das ist das was wir jetzt sehen wollen. Let's go. Und jetzt Fax auf einmal. Nachdem er so zwei Games lang sich so ein bisschen zurückkämpfen musste. Und Game 4 auch nochmal richtig das Comeback auspacken musste. In the lead. Mit zwei Stocks zu eins. Aber. 140%. Und das beendet dein Leben richtig schnell auf den Yoshis. Und jetzt go. Last Game. Last Stock. Es geht um nicht so viel. Aber es geht um die Ehre. Nice. Okay so Andrej hat richtig keinen Bock mehr. Oh. Gib mir deinen Zug. Ohhhh. Was für ein Ende. Du hast es. Es zu sehen. Sickes Match. Richtig schönes Set. Kleinen Applaus. Geil. Richtig schwarz. Geil. G horake. G horake. Geil. Achtung.